guten abend meine damen apokalyptische szenen die große flut seuche ohne ende und es bleibt heiß und es wird noch heißer hier ein brillengestell in der verbrannten erde und jetzt thomas von grünigen live aus new york vielen dank sebastian ramschbeck in brüssel ist das so nein sebastian ramschbeck live aus brüssel vielen dank werner von rent in der raffina wie stellt sich die lage zur zeit dar sterben werner von rent vielen dank israel adolf hitler das ist eine schlechte idee entartete kunst den islam haben sie schon vom sommerfahrplan von der spb gehört HIV infektionen auch auf der alp gibt es probleme alexandra gubser in paris und jetzt das ja die schöne neue welt alexandra gubser live aus paris vielen dank wer geht bei diesem wetter schon ins kino tatsächlich gibt es zwei gründe dass bei diesem wetter zu tun der erste grund ist nicht neu aber cool kinos sind klimatisiert der zweite grund ist neu und allenfalls auch cool ob man das neue format aber als kinorevolution bezeichnen kann davon können sich die kinogänger mit zürich selbst ein bild machen ja das ist der stand der dinge moment hier geht es jetzt weiter mit meteo und dann haben ein kaminfeger meister eine bio winzerin ein dampfschiff kapitän und eine sozialpädagogin eines gemeinsam sie leben in der schweiz sie machen die schweiz aus sie sind die schweiz gute unterhaltung und einen schönen abend wird ihn präsentiert von rice heiß rice Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020